Musik Heiliger Bim Bambino, ey Ähm, wir nehmen doch gerne den, oh Arschloch! Das gibt's ja wohl nicht Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier die Idioten wegkriege Ah, warum ist das denn so lahmarschig? Das gibt's doch nicht, was ist denn mit diesem Spiel? Das kommt grad nicht hinterher Einfach erstmal grad ein bisschen in Bewegung bleiben, würde ich sagen Ah, Ficken Ah, Ficken, das gibt's auch nicht Ja, das heißt, wir haben die Trottel jetzt Oh, da ist der Nächste, ich kotze Ah Ah So Zack, da hat er noch eine verbraten bekommen Ähm Gut, jetzt hat er da heute noch gelegen, ne Uah Scheiße Äh, Scheiße 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 Uah Ach, das war doch Da konntest du doch nicht entkommen Da konntest du doch nicht entkommen Wir versuchen das jetzt Erneut Weil wir sind immerhin schon bei, äh, Stufe 2, würde ich sagen Boah Da hab ich, äh, zu lange ausgewählt So Zack Einmal Komm her Ah Geh doch weg Lauf doch, Alter Da verbrät er uns aber auch ein Was ist das für ein Ding? Was ist das überhaupt für ein Ding? Ah Und jetzt Und zack Und zack Zack, zack Smash Smash, smash Ah, da Nimm Da hast du Vollidiot Hässliches Ding Was zum Teufel war das? Oh Gott Da stehen mir die Haare zu Zu Berge hier Im Hintergrund Stehen mir die Haare ab Vor, vor, vor Vor weiß ich nicht was Du ekliges Teil Mit zugenähten Augen Widerlich So Wir laden jetzt erstmal nach Und bluten hier ab Und dann Was für ein beschissener Endgegner War wahrscheinlich Nicht mal der Endgegner War wahrscheinlich Nicht mal der Endgegner Wahrscheinlich Kommt es jetzt Noch dicker Wahrscheinlich Müssen wir jetzt gegen Himemiko Antreten Ach Gott Ich möchte dir einfach nur Ins Gesicht schießen Ach du Scheiße Ich möchte dir einfach nur Ins Gesicht schießen So Zack Da hat es uns den Bogen Aus der Hand geschlagen Können wir jetzt bitte Den Typen Ah oh oh Ich hab nicht aufgepasst Was ich tun soll Ich hab nicht aufgepasst Was ich tun soll Ah F Zack Oh Da ich hab nicht richtig aufgepasst Ah oh Gini gebrochen Das ging schnell Das ging schnell Da hab ich nicht richtig aufgepasst Das machen wir vielleicht nochmal Das machen wir vielleicht am besten Direkt nochmal Das ist wirklich tatsächlich Echt ein Gott Ich fasse es immer noch Nicht so ganz Ich fasse es immer noch Nicht so ganz Dass es echt passiert ist Ah Ah Verdammt nochmal Moment Ah Jetzt Zack Da Hat er Gekriegt hat er Ehm Ehm Ne 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 Defend me So In die Fresse Kollege Aha wir haben daneben geschossen Ach wir haben daneben geschossen So wir haben 2 Waffen Bitches So kennt man uns So kennt man uns So Da Nimm das Nimm das Und dieses auch noch Und weg Das war's Mit DIRES Ohne Schuhe. Bitches! Das ist Lara Croft, wie man sie kennt. Mit zwei fetten Knarren. Und jetzt schießen wir dem Geist noch ins Gesicht. Das ist echt eklig. Was ist denn das nur seltsames? Was ist das nur furchtbar seltsames? Wir müssen das irgendwie unterbrechen. Wie wäre es mit... Einfach einem Pfahl in die Brust. Eww. Wette Explosion. Oh Gott. Endlich hat dieser Spuk ein Ende. Das war ganz katastrophal. Das glaubst du mir nicht. Und da kommt die Sonne raus. Der Sturm verzieht sich. Und wir haben es geschafft. Feiern wir uns mit einem kleinen High Five. Gut gemacht. Tja, dieses verfluchte Island, ey. Ja, kommt uns nicht entgegen. Bleibt ruhig da stehen. Ich schlepp sie gern noch bis zum Boot. Ich denke, sie wird okay sein. Praktisch. Bitteschön. Undankbares Packen. Ich bin so blind, so naïve. Für Jahre, ich resente mich mein Vater. Ich erinnere ihn wie der Rest. Aber er war richtig. Ich habe ihn so viel. Ich habe ihn nur gesagt. Ich habe ihn jetzt gesagt. Es gibt so viele Mysterien, die ich als erstes verstanden habe, als nur historien. Aber die Linie zwischen uns und Wahrheit ist frügel und blöde. Ich muss finden Antworten. Ich muss verstehen. Das Kind wird zurück in Südjapan. Tja, da haben wir wohl Blut geleckt. Ich wäre nach so einer Aktion, ja, vermutlich nicht mehr so bockig darauf, irgendwie noch. Ja, A Survivor is Born, so ist das. Ihr Lieben, das war Tomb Raider 2013. Ich hoffe, ihr hattet großen, großen, großen Spaß. Ich habe mich unfassbar abgefuckt zwischendurch. Es war katastrophal, es war spaßig, es war aufreibend, es war spannend. Hier sehen wir noch die Producer, Head of Studio, Executive Producer, Creative Director. Dankeschön für dieses Spiel. Der Endboss war, fand ich, ein bisschen lahm. Ansonsten kann man da eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist ein nettes Spiel gewesen. Stellenweise etwas sehr hakelig, finde ich, vom Gegner-Management her. Aber ansonsten, äh, ein nettes Spiel gewesen. Seit langer, langer Zeit und zum ersten Mal auf PC, my first Tomb Raider. Ähm, ja. Wenn es euch gefallen hat, Herzchen unten in die Ecke, Däumchen unten in die Ecke, was auch immer. Kommentärchen, kleinen Kommentar. Unten drunter, oh Level Designer. Mh. Ihr seid scheiße. Ihr habt mich wahnsinnig gemacht. Ach, die sind witzig. Guckt mal hier mit den Schnurrbärten. Die sind ein bisschen lustig. Nun gut, ihr Lieben. Das war Tomb Raider. Bis zum nächsten Mal. Komm raus.